So, Rofelkopter-Stage. Hiha. Ist das already gut? Okay, in der ersten Wave kommt von rechts die Nightblade. Die kümmere ich mir. Sie können in den Ketten legen. Es reicht mit den Kommentaren. Lassen wir diese Schlacht beginnen. Ein lautes Hurra für die Champions des Hauses Drehs. Soviel Anlut, soviel Winkheim, denk nur an den ... Vorsicht, du hast Besuch und Gleichstand da. Ja, könnte einmal herkommen. Nightblade two. Du hast nur den Spawn, da ist der Caster, der muss jetzt Main-Target alle dorthin verlegen. Ich kümmere mich um den Natch Bullen. Vielleicht bitte erst den Caster. Caster down. Andern Caster. Down. Das war schwer. Vorsicht. Da ist eine Eislatze. Da ist eine Eislatze. Der ist 1 Caster. Der Caster ist hier. Und der... Hube! Boah, jetzt hat er mich gekippt. Vorsicht. Habe. Wßt! Wer guckt noch? Jungs! Haben gespottet. Bissern dran. Super habt ihr gekriegt, dann sind wir auch ihn Nein Vorsicht, heil dich, heil dich Naja, Kars, Hanf Vorsicht, kann ich nicht abfangen was hat denn dich erlegt, Digga? Nein, der strahlt und der mage Aushalten, wo dann? Ich habe einen Strahl Ich habe zwei Strahlen Ich muss ja... Karriere Oh, Eis, Vorsicht Boah Mein Target Hier an den Rand Ich muss ja schnell die zwei typisch werden Okay, jetzt müssen wir schnell die zwei typisch werden Werner ist dabei? Okay, pass auf, wenn der fällt, kommt der Boss Also beilt euch jetzt, der muss fallen Da ist der Boss Fangen wir doch hier vorne auf der Ecke an Ich probiere die alle abzuspoten Absolut Okay, auf der anderen Seite kommt dann der erste Caster Also seid vorsichtig, Kleinvieh und Caster Vorsicht da eh Vorsicht da eh Ach scheiße Okay, der erste Caster spawned jetzt Wo ist der Boss? Fuck Betti ist tot Rettst du? Caster, retts Genau, er hat den Strahl Sascha, du musst retten Retten, ne? Ich probiere die Ecke zu spotten irgendwie auf Vorbei, hängen Nein, noch Nein, noch Alles aus und komplett weit Was hat denn euch jetzt zerlegt? Ich glaube, ich verstehe worauf ihr hinaus wolltet Ich begreife zwar nicht, aber auch gern getan hat Wenn ihr schnell aufstehen, schnell weiter machen, bitte Was trägst du mir für Sets, Betti? Bin du hier drinnen? Eigentlich Spell-Damage, aber ich zieh mich schnell um Fassettenreiches Auge habe ich gerade getroppt Moment Was ist denn die? Das ist ein Trophäe Von den Nix von Ach so, ne Ich wusste nicht, dass hier drinnen Trophäen droppen 10 Sekunden Ok, es geht los Ja Wir fangen diesmal hier drüben an Hier fangen wir an, ne? Dann sind wir eher an den Sporen von den Castern Ausbeißen Achtung Huch Carso Mops Ist er tot? Ich probiere irgendwas da raus zu holen Alter hat dich Pass auf Alter hat dich, pass auf ... Ich komm mal einen, vielleicht kommut ihr euch erst mal Und rein, ich muss dir Sets gut Von mir Degg, von mir Und der Exe Q Vorsicht 10 Ich bin in meiner ganzen Karriere einen Gürtelgetrub bekommen bis jetzt Ja